Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zuerst haben wir eine topmodische Neuheit für Sie, meine Damen. Beldam Dekorativ Kosmetik. Ganz nach dem Trend der Frühling- und Sommermode 82 präsentiert Beldam Kosmetik die schönsten Farben aus der Natur für Ihr modisch aktuelle Make-up. Frau Morand, sie ist Beldam Kosmetikberaterin und sie hat für uns jetzt ein paar aktuelle Tipps. Bonsoir, so können Sie Ihren Augen noch mehr Ausdruckskraft geben. Schminken Sie die innere Hälfte vom Augenlid höher als die äussere. Und wenn man den Lidschatten noch ganz um den Augenwinkel herumzieht, dann wirkt so das Auge auch noch attraktiver. Ein bisschen Beldam Creme Rouge um Stirn und um die Kini herumtupfen, das macht Sie sofort noch frischer. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg mit der neuen Mode. Dankeschön, Frau Morand. Die neuste Beldam Kosmetik, die hat also absolut spitze Qualität von Weltmarken. Denken Sie daran, das nächste Mal in Ihrem Kofladen. Ganz sportlich ist unser nächster Beitrag. Wir präsentieren Ihnen das aktuelle Tennisangebot, was in den Kofahrenhäusern jetzt erhältlich ist. Ihr Kofahrenhaus bietet Ihnen eine grosse und modische Auswahl rund um den Tennissport. Wer sich im Röckli wohler fühlt als in Shorts, Tennis-Mode von der Qualitätsmarke Adidas. Viel Bewegungsfreiheit in diesem Tennis-Kombi, bestehend aus Hosen und einem Adidas-Shirt. In Ihrem Kofahrenhaus gibt es aber auch eine grosse Racket-Auswahl von hier bis zu den Spitzenmarken Völkl und Fischer und Tretthorn-Tennis-Bell. Und hier noch eine Mitteilung für alle Fotofreunde. Ein interessantes Angebot bietet Ihnen der Kof-Fotoservice. Wenn Sie Ihre Farbfilme bis am 8. Juni zur Verarbeitung bringen, dann ist das Entwickeln gratis. Kof sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. Morgen Morgen am 9. Juni geht in der Neustadt von Chur das neue Kof-Center auf. Und in Oberwil, Basel-Land, wird morgen Morgen am 8. Juni das neu gestaltete Kof-Center mit Cafeteria eröffnet. Und hier noch der neueste Beitrag von Kof zur Teuerungsbekämpfung. Achtet Sie auf das einmalige Angebot für Up-Milch. Grobe Extraktion von morgen bis am Samstag. Und jetzt gehen wir über die Studioküche zum Grobe-Rezept der Woche. Grüezi miteinander. Heute haben wir Goldstarr-Boulet zum Tiefkühler ausgeholt. Und machen Boulet-Schenkel mit Champignons. Diese Boulet-Schenkel sind gewürzt mit Pfeffer und Rosmarin. Erst nach dem Anbraten geben wir Salz dazu. Und einen halben Deziliter Bouillon. Jetzt kommt noch ein Rosmarin-Zwiegchen zu den Zeebeln und dem Lorbeerblatt. Und dann decken wir das Ganze im vorgewärmten Backofen bei 220 Grad etwa 30 Minuten schmoren. Dann kommen die Champignons dazu. Die haben wir mit Pfeffer im Anken angedünchtet. Jetzt lassen wir das Ganze noch einmal 15 Minuten weiter schmoren. Und dann kann es ans Anrichten gehen. Nett dekoriert auf einem warmen Teller. Auch das Rezept finden Sie diese Woche in Ihrer Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen einen guten. Und wieder schauen, bis zum nächsten Mittwoch. Wir wünschen Ihnen einen rechten schönen Abend. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Bohnencafé Excelento 250 Gramm statt 360 nur 310. 500 Gramm statt 670 nur 85. Midi, Bohnen, Rüeble, Rande und Sellerie-Salat in 250 Gramm Beutel. Jetzt 25 Kappen günstiger. Sein Alko 1 Liter statt 1,35 nur 95 Kappen. Ausländische Frischeier. 10er Schachtel statt 2 Franken nur 1,60. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. Frischbach-Brötchen 10 Stück statt 2,20 nur 1,80. Granis-Mis-Äpfel, Tragtasche an 2,5 Kilo nur 7,50. Und das ist die Coop-Extraktion vom Dunstig bis Samstag. Und die Vollmilch 2 mal 1 Liter statt 3 Franken nur 2,60. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt superflauschiges Toilettenpapier von Hackle. 6 Rollen nur 34. Auf Wiedersehen.